Herzlich Willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute den Wecker mitgebracht. Genau. Der Wecker steht für die Zeit, die wir dem Kunden gewähren sollten. Denn wenn er spricht, sollten wir ganz sicher nicht immer ... Nicht immer drein reden. Genau, nicht immer drein reden. Was ist denn da dein Tipp? Auch das ist ganz einfach. Gebt dem Kunden die Zeit, die er braucht. Wenn er ihn reden lässt, sorgt ihr so für ein wunderbares, entspanntes Gesprächsklima. Und ... Und ihr erfahrt sofort, was er wirklich meint. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Kim Ben-Bestos K Vielen Dank.